Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mighty No. 9. Beim letzten Mal haben wir Pyro gelegt. Sehr schön, danke. Oh, Advice. Oh, ernsthaft. Ach so, äh, okay. Ja, ähm, ich mein, ich hab mir schon gedacht, dass, äh, das Feuer die Schwäche von Eis ist. You have guessed it, but... Äh, naja, aber, dass wir jetzt im Prinzip das auch noch auf die Nase gedrückt bekommen, ja? Äh, das ist dann doch ein bisschen, ein bisschen schade. Was ist das? Die Haupt entrance ist rosen shut. Bec, proceed east. Ich habe eine Alternative Route in die Wasserwerke, via den Reservoir. Das war, like, das war, like, das war, like, wie aktiviere ich denn jetzt die andere Waffe? Ah, okay. Das ist die X-Tasse. Das war, like, das war, like, Was soll ich hier noch mal? Ah ja! Uah, hau! Da muss ich mal lang. Uh, gut, 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 gut. Was so? Egal. Erstmal Lebensenergie einsammeln, das ist wieder voll. So. Cool. Checkpoint. What the? It's not just the entrance. The entire place is like one giant ice rink. Let's see what it can. This is Cryo's head. You work all right? Careful, Bec. You know how she loves her pranks. Okay. So. das können wir dann mitnehmen. Okay. Okay. Out. Okay. Okay. Ich spiele den Ball jetzt aber auch jedes Mal so scheiße. So, jetzt aber. Ah! Es war Asuden hier. Okay. Ah, verdammt. Ah, jetzt haben wir es auch mal geschafft hier. Oh. Wie hänge ich hier grad immer mal wieder fest? Jawoll. Danke. Dann nehmen wir doch dankend an. Meint ihr nicht? Okay. Let's try this again. After all, revenge is a dish that served gold. Oh, you aren't hurt, are you, Beck? Here, let me put the mice on it. Booth! Okay. Ah. Snap it out Okay Das machen wir anders Das machen wir doch nicht anders So machen wir das Das ist nämlich gar keine Chance mehr Nein Weg Du bist zu weit gedasht Verdammt Das wollen wir jetzt Das ist wirklich Nein! Ach! Boah, ich hasse diese Stelle. Das ist so unglaublich scheiße gemacht. Naja, egal. Wir kriegen das schon hin. Nein! Ah! Boah, sind die scheiße platziert. Leute, bitte. Hilft mir! Ja, einfach mal gar nicht dashen. Das ist ohne Anlauf toll. Weil du auf dem Eis ja keinen Anlauf nehmen kannst. Was mache ich denn da? So, hier ist aber ein paar Wobba da. So. So macht man das nämlich. Hä? Das werden wir machen. Trial! You just refuse to chill out. Don't you run! Well, I'm sure it's nothing. A little cold shower won't cure. Ah! Rhygersphera? Okay. Okay. Huh? Hold on, hold on! Hold! Kibipi-pum! Ah, verras. Kibipi-pum! Kibipi-pum, Kibipi-pum! 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 meine fresse ja danke ja danke so So Mann Was Die Waffe ist scheiße Ich muss jedes Mal in ihn reinspringen Okay, die Waffe ist totaler Rotz Ich weiß nicht, was ich damit machen soll Naja, okay Boah, halt die Fresse Hä, hab ich ihn jetzt nicht getroffen oder was Was Ja, natürlich Halt die Ich 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 Was? Was? Ah, es ist doch nicht wahr. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ah, ich habe keine Waffe mehr. Schön. Und ich kann ihn nicht treffen. Ey, was soll ich denn da machen? So. Der nimmt den halben Bildschirm mit seiner Scheiße ein. Ist zu hoch, um ihn zu treffen. Ich hasse diesen Gegner. Denk's gar nicht. Und trotzdem trifft er mich noch. Ja, danke, danke. Oh. Den kann ich doch schon wieder vergessen. Oder ich benutze einfach mal die Recovery, die ich so habe. Hä. Ey, es ist nicht wahr. Es geht einfach nicht. Ja, guckt es euch an. Was soll ich denn machen? Ganz im Ernst. Letzte Chance. Halt die Fresse. Bin ich gerade ein bisschen salty? Ja. Ey, es ist doch nicht wahr. Ja. Ach so. Hä. Ja. Ha, 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 ha. Burn! Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Oh, wo, wo, wo. Hai, ja. Ha, 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 ha. Pew, pew, pew. Wie weit fl более? runter, hoch, durch ey, ich kapier es nicht runter, hoch, danke wir haben ihn, meine güte boah, Entschuldigung, wenn ich zwischenzeitlich so salty war, aber ist dieser Kampf scheiße, nervig egal, wir haben ihn zerlegt und wir kriegen einen ganz schicken, tollen Wasserhahn auf dem Kopf so, damit sind wir auch über die 20 Minuten schon wieder raus ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder hoffe ich doch, bis dahin und auf Wiedersehen